Tuesday Shorts. Frage, die reinkam zum Thema Flussrate. Versuchen wir heute abzuhandeln, sowohl für Filterkaffee als auch für den Siebträger. Was hat das Sieb für einen Einfluss? Flussrate. Kurz und knapp, Flussrate beeinflusst die Kontaktzeit, die das Wasser hat beim Brühen mit dem Kaffee. Je langsamer die Flussrate ist, desto langsamer fließt das Wasser durch das Kaffeemehl, egal ob es jetzt Filterkaffee ist oder eben auch ein Espresso. Und je langsamer es fließt, desto mehr Zeit hat das Wasser im Kontakt mit dem Kaffeemehl. Was passiert? Je mehr Zeit ich habe, desto mehr Inhaltsstoffe können pro Zeiteinheit aus dem Kaffee herausgelöst werden. Was bedeutet das? Thema Sättigung. Wie viele Inhaltsstoffe kann das Wasser überhaupt aufnehmen? Eine langsame Flussrate erlaubt eine höhere Sättigung. Das heißt, ich komme an die Grenze von dem, was das Wasser überhaupt aufnehmen kann. Eine schnelle Flussrate sorgt meistens dafür, dass die Sättigung nicht so hoch ist, weil die Zeit zum Lösen von Inhaltsstoffen nicht ausreicht. Gedankenspiel. 30 Sekunden Brühzeit, was auch immer wir gerade machen. In den 30 Sekunden haben wir verschiedene Versuche und wir arbeiten mit einer langsamen Flussrate bis hin zu einer sehr schnellen Flussrate. Starten wir mal mit der schnellen Flussrate. Wasser läuft sehr schnell durch. Ich habe nach 30 Sekunden eine bestimmte Menge Inhaltsstoffe aus dem Kaffee rausgelöst, aber im Verhältnis mit sehr viel Wasser. Andere Extrem. Ich habe eine sehr, sehr langsame Flussrate. 30 Sekunden. Ich habe aus dem Kaffee sehr viele Substanzen auch rausgelöst, im Verhältnis dazu aber mit sehr wenig Wasser. Jetzt habe ich da eine Grenze in diese Richtung, wenn ich die Flussrate sehr stark verkürze. In dem Moment, wo ich die Sättigung erreiche vom Wasser, kann das Wasser nichts mehr aufnehmen und ich hole tatsächlich weniger raus aus dem Kaffee im Vergleich zu einer schnelleren Flussrate. What? Also, stelle ich das Ganze vor wie kleine Eimerchen. Die schnelle Flussrate, ich habe lauter Eimerchen in der Kette, die sind alle leer. Der Kaffee kann die ganze Zeit vollfüllen. Ich habe jetzt eine langsame Flussrate, die gleichen Eimerchen kommen vorbei und irgendwann sind die voll. Da passt nichts mehr rein. Das heißt, wenn die Flussrate zu langsam wird, könnte der Kaffee noch was abgeben, aber ich habe keinen Platz, wo das reinpasst. Das heißt, ich hole effektiv weniger Inhaltsstoffe aus dem Kaffee raus, habe natürlich trotzdem am Ende ein sehr starkes Getränk, weil im Verhältnis ist der Wasseranteil ja viel kleiner als bei der hohen Flussrate. Deswegen muss man da immer die Balance finden, dass man die richtige Flussrate findet und auch schauen, dass ich die richtige Zeit treffe, weil jetzt haben wir die Zeit fix gelassen, weil die Zeit einen Einfluss hat, ob ich eher Richtung Bitter gehe, wenn ich länger brühe oder ob ich Richtung Säure brühe, wenn ich kürzer brühe. Säure und Bitterkeit sind eine Balance, das heißt, da kann ich schauen, wenn mein Getränk nicht passt von der Balance, dass ich da ein bisschen spiele, um das auszutarieren. Aber damit verändere ich auch, was ich rauslöse, was ich dann vielleicht durch die Flussrate wieder beeinflussen kann. Okay, Flussrate, mal eine schnelle Flussrate, mal eine langsame Flussrate. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt nicht so langsam sind, dass die Sättigung erreicht ist, sondern das Wasser trotzdem fließen kann in einem gewissen Rahmen. Dann habe ich ähnlich viel Inhaltsstoffe aus dem Kaffee rausgelöst in dieser Zeit, aber mit unterschiedlich viel Wasser und entsprechend ist mein Getränk einmal stärker und einmal schwächer. Niedrige Flussrate ist es stärker, hohe Flussrate ist es schwächer. Jetzt gibt es viele Faktoren, die einen Einfluss haben auf die Flussrate. Der Mahlgrad hat einen Einfluss, die Dosis hat einen Einfluss, die Temperatur hat einen Einfluss, der Brühdruck bei der Espressomaschine hat einen Einfluss. Heute schauen wir uns was ganz anderes an, weil die Frage dahin gezielt hat und zwar die Filter. Beim Filterkaffee macht es einen Riesenunterschied, was für eine Art Filterpapier ihr verwendet. Es gibt verschiedene, Melitta, Herio, Chemex, ein Permanentfilter, der aus irgendeinem Metallgeflecht ist, gibt ganz verschiedene Optionen. Alle von denen haben eine andere Loch- oder Porengröße, wo das Wasser durch kann und je feiner die Porung ist, desto langsamer fließt das Wasser und desto langsamer ist die Flussrate. Habe ich eine gröbere Porung, läuft es schneller. Das heißt, unabhängig davon, ob ich jetzt mit dem Mahlgrad, mit der Dosis, mit der Brühtemperatur und anderen Parametern gearbeitet habe, beeinflusst mir das Papier beim Brühen von Filterkaffee ganz intensiv die Flussrate und wie schnell das Ganze läuft. Schnelles Papier sind eher manche Melitta-Filter, die alten Herio-Filter. Was langsam ist im Vergleich dazu, wäre ein Chemex-Papier, wo die Porung sehr klein ist, das heißt, es läuft sehr viel langsamer. Ein Filterpapier, wo die Flussrate langsamer ist, also die Porung klein ist, passt besser zu einer hellen Röstung, weil ich mehr Zeit brauche, die Inhaltsstoffe rauszulösen, weil eine helle Röstung meistens nicht so löslich ist. Umgekehrt, wenn ich eine etwas dunklere Röstung habe, da passt eine hohe Flussrate besser. Schauen wir uns mal den Siebträger an, weil auch da haben wir Unterschiede und das zeigt sich insbesondere, wenn ihr zum Beispiel wechselt von einem Standard-Sieb auf ein VST-Sieb oder ein IMS Competition-Sieb. Der Unterschied da, den ihr oft seht, ist, einmal unterscheiden sich die Löcher, die Lochgrößen, die sind bei einem VST-Sieb sehr viel präziser. Wie groß ist ein Loch im Vergleich zu dem nächsten Loch, zum nächsten, zum nächsten, die sind sehr dicht beieinander. Im Vergleich zu den alten, gestanzten Sieben, da kann das variieren, das ist unglaublich, aber ihr habt einen großen Unterschied und das ist, wie weit gehen die Löcher bis zum Rand. Und bei dem VST-Sieb zum Beispiel gehen die Löcher viel mehr bis zum Rand, ihr habt in Summe viel mehr Löcher, die Fläche insgesamt ist mehr abgedeckt. Zu einem klassischen Sieb, was oft mit einer Maschine mitkommt, habt ihr das nicht. Das ändert die Flussrate. Bei dem einen Sieb habt ihr weniger Löcher, da läuft das Wasser allein durch das Sieb bedingt langsamer durch, als zu einem VST-Sieb, wo es schneller durchläuft. Wir haben schon mal ein Video gemacht zu Filterbaskets, ich verlinke euch das nochmal. Also verschiedene Grammzahlen zum Espressobrühen und was sollte man nehmen. Es wird noch komplizierter, als was da gemacht haben, weil ihr die Siebe auch nach Flussrate auswählen könnt. Experimentiert ihr viel mit unterschiedlichen Kaffees rum, solltet ihr beim Filterkaffee verschiedene Filterpapiere und Brühmethoden da haben. Hario, Chemex, Aeropress, super. Ihr könnt damit variieren und für den Kaffee die richtige Flussrate finden. Beim Espresso ist es genau das Gleiche, da sind es dann die Siebeinsätze, die ihr rein habt. Und da ist es halt eben nicht nur das VST mit 16 Gramm, mit 20 Gramm oder irgendwas im Vergleich zu dem Standard, sondern auch vielleicht verschiedene Hersteller. Von Renneka gibt es zum Beispiel etwas, das ist ein Gewebe, das hat eine sehr hohe Flussrate. Das heißt, ihr könnt für den Kaffee, für euch auch mal schauen, welchen Einfluss hat allein die Veränderung des Siebs, die Flussrate, auf das, was ihr in der Tasse habt. Probiert das Ganze aus, die Flussrate hat einen riesen Einfluss. Vielleicht war das jetzt schon wieder etwas viel. Für ein Dienstagsvideo, aber so ist es gedacht. Stellt uns weitere Fragen in den Kommentaren, abonniert uns, liked alle Videos, die ihr angeschaut habt. Hier ist die E-Mail-Adresse, schreibt uns Fragen direkt. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.